This could be us, so back to what I was saying This could be us Ja, herzlich willkommen Leute zu einem neuen Setup Video Es ist Sonntag, was bedeutet, morgen steht ein neues Turnier an Und das wäre dann Buff Booster, auch wieder 3 Sterne Letzte Woche war ja Bloody Battle Nur dieses Mal ist eine Farbe gesperrt, nämlich Rot Was bedeutet, nach Möglichkeit wollen wir Grün aufstellen Was ja viel relevanter in 3 Sterne ist Ja, so sieht derzeit meine Verteidigung aus und so wird die auch bleiben Fast in der Mitte, ja, ist zwar langsam Aber die Matches gehen auch viel länger in 3 Sterne Weil du da nicht einfach irgendwas wegschallern kannst Des Weiteren macht er Buffs, was ja gut für mich ist Ja, dadurch bekomme ich einen Angstmultiplikator Und es war für mich nur eine Frage, ob ich Fast stelle Oder aber vielleicht sogar den Struttbeeren Aber ich habe mich dann für Fast entschieden In Kombination mit Zarola, denn der Familienbonus von Zarola Gibt mir 20% mehr Heal, weil ich hier nur Solo-Helden habe Hier können wir uns das nochmal angucken Ja, Solo-Heroes get 20% increase for any healing received Ja, das ist so, das passt gut zusammen Dann habe ich tatsächlich noch einen weiteren langsamen aufgestellt Nämlich Zarrel, da ist es genau der gleiche Effekt Mit der Baden-Familie Solo-Helden werden wieder bevorzugt Ich bekomme also mehr Mana Alle sind einen Ticken schneller Jetzt können wir uns hier angucken 5% mehr Mana Generation Und steht ja auch in der Mitte Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie mitgetroffen wird, ist hoch Dann habe ich noch Goop hier aufgestellt Der alle trifft Der mal eben kurz durchdrehen kann Wenn das Board mit grünen Steinen Ja, nicht voll ist, aber halt Steine da sind Und das ist ja eigentlich immer der Fall Dass du so zwischen, keine Ahnung 5 bis 6 Steine einer Farbe irgendwo auf dem Board hast Ja, und für den Gegner ist es halt schwierig, die wegzuspielen Oder, keine Ahnung Bis zu wie viel? 221% auf alle Ja Das ist eine geile Sache Und Joka Heinen Trifft auch alle Und dispelt natürlich Denn ich gehe davon aus, dass viele mit Buffs spielen werden Irgendwie, irgendwo Ähm, ja Wir werden gucken, ob das auch funktioniert Oder nicht Ähm, das hier ist wieder keine Garantie dafür, dass ihr A bekommt Das dient nur als Hilfestellung oder Orientierung Aber ich bin der Meinung, das sollte funktionieren Ähm, ja Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video Und bis zum nächsten Mal Tschüss 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 No Bis zum nächsten Mal.